Voll die Horror-Hölle, ja? Alle so dunkelgossig und so Vampire, ja? Voll die Vampire auflaufen. Die Vampire-Hölle, ja? 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 Voll die ***, ist das so viel geiler so. Alle tanzen, alle fühlen sich gut. Man schaut da, Ali Gali in den Raum von Ali oder was weiß ich so. Cool? Cool?